Systematisch bist du die Nächste. Ich speichere. So. Wrigal! Du bist hergekommen, um die höchste Position zu erreichen, oder? Aber ich, Wrigal Nightbug, werde deinen Traum zerstören. Ich werde dir die wahre Kraft meines Teams zeigen. Bereite dich vor. Ja komm, wir haben den Anfang gepiert. Wrigal! Also, die fangen immer mit sich selbst in der X-Form an. Als Notiz für mich selbst. Nightbug FM? Hat er ein Radio oder was? Okay, Flammenwurf. Ja, ich habe leider Glück gehabt damit. Und, 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 komm komm komm, sterb, 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 nein! Ich habe damit gerechnet, dass er es überlebt. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht hoffen darf. Aus dem Grund. Ja. Ich brauche den alten. Ich muss mal Käfer zerstören. Zerquetschen. Olter. Gothic Mystia. Auch eine sehr coole Form von Mystia, muss ich sagen. Gefällt mir persönlich sehr gut. Wo sind meine Max-Revive-Dinger? Ja, ich will meine Mache-Saudern. Oh nein. Boah, ich dachte schon, weil es jetzt so angehört hat, dass ich jetzt einschlafe. Gut, ich bin eh tot. los dann ab jetzt so spektakulär sind die kämpfe jetzt eigentlich auch nicht swimsuit wägel und ich kann mal schön prozent in das wasser princess regel ich kann man prozent last word mystia kann man wieder gut mit elektrizität bekämpfen und wir haben noch zero raisin? warum raisin? masterspark komm ich bin eh tot ja egal ich habe sie fast damit nur umgebracht erdbeben bombe tot lol es war sehr fiktiv ok ok ich habe dieses mal verloren aber das nächste mal wird das ergebnis anders sein natürlich das wissen wir doch alle das nächste mal werde ich gar keinen boneka verlieren revive und revive full restore und full restore ja alles klar dann gehen wir mal mit dem mysti verschnitt hier wer speichere ich noch sind noch zwei trainer kana wer bist du habe ich dich schon mal an die haben wir uns schon mal beigetroffen ich kann mich an nichts mehr aus meiner vergangenheit erinnern vergisst das was und spaß haben naja ganz viel spaß ich habe sogar eine last word form koto hime oh nein jetzt kommen wir dann jetzt kommt wieder der todteil den ich nicht kenne das ist natürlich jetzt blöd korn man ja du brennst burn baby burn schiuri habe ich das richtig gelesen dann wäre es nämlich elektro wasser ja erbeben bahn sehr effektiv kero das denn warum könnt ihr alle kero das denn shadow ball bm kana ich versuche jetzt mit jomo ein bisschen hier aufzurollen na das war nix du bist du ein geist bist du ein geist du bist du ein geist du bist du ein geist ich nutze über den step oh das war gut cu reino ich hasse dich 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 einfach es ist bestimmt feuer Testen wir's mal mit Yuyoku. Nein. Lust da? Oh, immerhin. Eistrahl sehr weg tief. Hä? Was bitte bist du, Raymond? Ich boost mich weiter. Oder ich versuch's. Jawoll. Und nochmal geschafft? Schade. Rikako, dich Mama mit nem Surfer. Also Yuyoku war definitiv zu krass geboost. Ich hoffe, du vergisst was. You don't forget about me. Okay? Also, ich hoffe, du vergisst mich nicht, okay? Ja, ja. Für mich auch. Ähm. also die spinne ich bin vom untergrund was ich kam vom untergrund nur um genzuki in die gansukio liga beizutreten und als ich gedacht habe dieser platz wäre also dieser ort wäre sehr interessant weil hier viele trainer weil es gibt nämlich nicht viele trainer die im untergrund gefunden werden ich weiß nicht wer du bist aber du bist ziemlich selbstbewusst beim betreten der liga ich hoffe dieser kampf wird interessant bald habe ich das in warum hängt der kopf über die blöde spinne bereus nö ich bereus nie doch ich bereus da muss eben flan dreher an hier flammen wird er beben das habe ich überlebt satori 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 ja egal shadowball bam uzo oh gott uzo wird lustig sonnlicht ist stark das könnte mir eventuell noch mal praktisch werden ne die öko opfer ist nicht so leicht dass ich verarschen gerade irgendwie oder trollen oder so warum verbrennst du mich hier drunter alter was hatten die für angriffe mein gott verbrennst du mich wieder ist das nur hundertprozentig anangriff wie ungefähr ist das oh gott jetzt hat die neuen spätsangriff geboostet oje jetzt habe ich angst ja das könnte jetzt schon ein bisschen brutaler sein flammenwurf ha wir sind schneller miyamame last word ja das ist definitiv ne spinne du bist wahrscheinlich gut aber du hast mir gerade so ne schöne sonnenvorlage gegeben da mach ich einfach mal einen solarstrahl ok ich dachte flammenwurf ist im endeffekt stärker wesentlich stärker juhu gie 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 du bist kampfstein das weiß ich sogar ziemlich genau deswegen kommt erdbeben hm da werde ich mal schlau wirken und dann mach ich so nen Fehler egal outrage ach so dass der Angriff von Drache lol das kann boosten bam medicin wie krieg ich denn jetzt medizin klein ich belebe mir jetzt erstmal meine jojoku wieder nur als notfallplan ja das habe ich nicht verfürchtet feldhage ich weiß was ich beleben will ich weiß was ich beleben will moko moko soll jojoku ist jetzt nur falls moko stirbt dass ich dann wieder beleben kann flammenwurf gut so äh so menschen aus der außenwelt sind stark ja natürlich ok lass uns irgendwann nochmal kämpfen was waren alle oder rival oh gott ich bin echt froh dass ich so extrem viel heilung mitgenommen habe jetzt wenn ich mir das so angucken ich werde jetzt auch alle mit elixieren zu bombardieren weil ich nicht wissen will was da jetzt noch kommt alle kriegen jetzt einen elixiert damit haben sie alle angriffe einmal plus 10 wieder ok speichern dann gucken wir uns mal an was hinter der tür ist mir mir warte biakon jetzt habe ich meine eigenen boneka für den kam zu dem letzten mal wenn du mich gesehen hast habe ich eine menge trainiert lass uns kämpfen ich wusste es müsse wusste ich es sein warte dass noch irgendwas böses kommt ne extenanste denn ok den kam spürig vor da hat ja nicht mal besondere musik ok flammenwurf steppe nutzen orasa donnerblitz nutzen biakon donnerblitz scheiße es hat nicht gelangt egal wir leben noch show ah show weiß ich wie man besiegt flammenwurf doch nicht hab verwechselt schade er beben dann war es so genau jetzt habe ich nicht aufgepasst ich cheat ihn was bist du was wirst du nun mal mal er beben nein fick dich mit deinem kraft koloss das ist lame da hier felshagel ich wollte dich ja nicht zurückschrecken lassen durchbruch ja durchbruch war gut nu es war nu glaubt das ja jetzt bist du gestein alter alter jetzt aber wow du bist wirklich stark mia natürlich ich hörte von anderen trainern dass der champion auch ein mensch ist viel glück mia das ist her Bis zum nächsten Mal.